hallo zusammen hallo freunde ich möchte heute mal was ganz anders machen was abstraktes als ein richtig abstraktes bild und zwar mit viel metallik farben also gold silber kupfer ein bisschen rot dabei und spachtel techniken mit krakeleffekt eventuell ein bisschen noch was machen und so weiter und so fort ich hoffe ihr seid dabei ihr habt spaß dabei ich habe den zeitraffer das heißt ein bisschen verschnellert weil es sonst wieder zu lang geworden wäre und dann hoffe ich ihr habt viel spaß und lasst uns starten also bis gleich es ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.